ja und damit herzlich willkommen zurück zum wolfenstein day new order meine damen und herren es ist 21 uhr 14 ich weiß ich bin 14 minuten zu spät das ist unglaublich wir sind hier auf den mond 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 jaja ok was haben wir da jetzt alles sammeln ich baue es nur aber halöchen was hat man denn da schön ist Kapitel 13 Auch nicht schlecht, so Da ist unser Mecca nicht offen Waffen kriegen wir dann jetzt Also die Pistolen Da ist was da nicht gegangen So 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 gesammelt, gell? So, jetzt gehen wir mal da rein. Ups. Hihihihihi. Upsa. Ja, da kommen wir auch nicht rein. Gut. Äh, laden wir den Krach rasch einmal auf. Okay, die Bistole noch. Ich kann den Krach. Oh, das ist ja mehr. Oh, Mama. Yo, wir sind in Dermont Basis. So, der Panzerung sehr gut. Oh, hallo. Riesdung. Und los geht's. Weg mit euch. Weltraum-Nazis. So. Ja, richtig. Bäh. Der Arm wurde sauber abgetrennt. So. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, ja. So. So. Sollen wir uns dann die Munition von den Kommandanten. Da liegt schon die erste. Sehr gut. Im Prinzip können wir uns dann auch gleich aufladen und die Waffen da. Genau. Aber dann haben wir's nämlich voll. So. 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 Das Gewehr ist jetzt voll. Das haben wir nämlich gerade aufgelohnt. Danke. 27 Schuss. Holen wir jetzt insgesamt. Ah, Messer. Danke. Messer. Messer. Wo ist mein Knife? Wo ist mein Knife? Da ist gerade was aufgeregt. Jawoll. Granata. Granatos. Das würde ich brauchen. Ähm. Ja. Gut. 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 Schauen wir, dass wir auf der anderen Seite noch gekommen sind. Vielleicht ist da drüben auch noch was Interessantes. Ähm. Ups. Das wäre fast schiefgegangen war. Warte mal, sind wir noch und sind von damals gekommen. Ähm. Okay. Also von da sind wir gekommen. Okay. Fehler. Fehler passiert. Ja. Was ist denn dort drin? Ja. Medikit. Lecker, lecker, lecker. So. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Ne? So. Okay. Guckst du auf Karte, diese? Was? Oh, je. Hey. Da gibt es so ein komisches Dach. Schaut das Ding ins Gehirn, ne? So, der ist weg. Der macht mir keine Probleme mehr. Enigma kurz, danke. Messer. Komm schon ganz so hoch ab hier, so ist gut. Okay, da ist nichts vom Enigma-Code. Schnell rein hier. Den interessiert es nicht, dass sein Kamerads dort liegt, oder? Halt's mal. So, da drin liegt auch nichts von einem Enigma-Code. So. Also, ob das nicht auffällt, dass das laut ist. Mal ernst. Okay. Ja. Ich hab's gewusst, dass dort durchkommen ist. Okay. So. Was ist das? Okay Warte mal, was ist das Gewerr von dem Großen? Yes, das ist noch. Das Ding ist komplett weg. Genug ist genug, mein Großer. So da. Jetzt möchte ich so auch nicht einmal holen. Da hinten gibt es nichts. Ja, die Grochen aufladen. Bis der Eppert, den habe ich wirklich zugekriegt. Bisher haben wir nur einen Enigma Code gefunden. Okay. Da kommt der Restaurant. Jetzt glaube ich. Danke. Gut. Gehen wir den Schacht. Da haben wir noch ein Gold gefunden. Okay, da kommen wir offiziell nicht mehr nach oben. Da hinten ist nichts. Lowkrieg. Lowkrieg. Ja. Entschuldigt, wenn ich da ein Prolog reingeredet habe. Wo ist denn schon wieder? Hörst du? Lowkrieg. Jetzt reicht es einmal. Quatschen können wir später, wenn ich das Video bearbeite. So. Du 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 du. Okay, da ist jemand in der Schacht. Ah. Ja. Buh. Medios, quittos. Ups. Granaten. Hm. Jo, leider bin ich frühmitig. Oh, Moment, Moment! Und... das müssen wir ein bisschen stealthy machen. I hear we are lost here. Das tämmt das nicht auffällt. Alter. Vorsicht. 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 Der hat keine Ahnung von Tüten gekriegt. Sehr ruhig. Ja, und du nicht mehr, denn du bist tot. Danke für die Prüste. Wo kommst du? Das gibt's doch nicht. Jawoll. Durchsuch den Raum hier. Eieieiei. Aha. Na, also. Einen wunderschönen Enigma-Code haben wir hier gefunden, meine Damen und Herren. Genießen wir mal kurz den Ausblick. Mhm. Na ja. Ja. Wo ist? Hä? Ich bin eh bald fertig. Zwergi. Loki. Oh, 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 oh. Zug. Loki. Ah, da ist er ja. Ah, da ist er ja. Ah, da ist er ja eine gar. Ach, die Schnauze. Das war's schön, Knob. Hä? Ja. Das war's zweite Gut. Ja, wo ist denn? Loki. Ja, wo ist denn schon wieder? Mousi. Ja, wo ist denn? Ja, wo ist denn? Loki. Bin hektlich fertig, mein Bub. Wolltest du mal, Loki, willst du mal grad auf die Birne scheißen? Ja, wo ist denn? Korrektur, dort stand einer. Dort ist der offizierte Srasen, nämlich. Oh, eine Brief. Noch einen weiteren Wartungstunnel, der die Labore mit der Luftschleuse verbindt. Suche ihn. Jawohl. Ähm. Aber zuerst werde ich diese Reimlichkeiten jedoch suchen. Und zwar... Mach ich nicht mal kurz. Bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich da was übersehen hab. Hm. Gut. Das war jetzt nochmal der eine Ladepunkt. Ach. Okay. Kodis. Kodis. Nö. Schaut nicht so enigma-cotic aus. Ich bräuchte mehr Kugeln für diese Waffe. Ich bräuchte mehr Kugeln für diese Waffe. Okay. Ähm. Dort rum liegt nix. Dort liegt auch nix. Nö. Negativ. So. Schauen wir mal rundumrum. Jetzt ist es dann. Okay. Hier. Großes Medikit. Vielen Dank. Vielen Dank. So. Ja. Siehst du schon, dass das Ende der Folge da sehr nahe ist, meine Damen und Herren. Bis zum nächsten Lautepunkt. Wenn wir jetzt noch spielen und dann wird das Video hochgeladen und bearbeitet. Es ist ja ganz schön. Vielen Dank. Ich ich weiß es noch nicht. Solange meine Rüstung nicht drunter leiden muss. Da ist er ja, der Enigma-Code. Nein, also. Gibt es da mal irgendwo verbautes Backel? Ja, da ist noch die Rüstung, also die Panzerung halt. Okay. Verbandes Backel gibt es da. Oh ja, da gibt es eins. Was ist los, Zwergi? Hä? Was ist das? Was ist denn? Oho, da ist es. So. Loki. Verzähl mal was, Zwergi. So. Oh. Ja, dann darf ich sagen. Und zwar. Saggi. Saggi, saggi. Die Soldaten des Regimes sind ziemlich temperamentvoll. Ich wollte einem von ihnen von meinem Fenster aus einen Blumentopf auf den Kopf schmeißen. Leider daneben. Er hatte Freunde dabei. Sie haben meine Tür eingetreten. Ich sagte, es wäre ein Unfall gewesen. Aber sie schlugen und bespuckten mich. Ich brauche Leute, auf die ich mich verlassen kann. Wie meine Großeltern. Aber sie können nicht kämpfen. Naja. Nichts gut diese Scheiße, ne? Merkt sich anzuleilen. Krieg ist nie gut. Ich bin da zwar kein Freundsbote, aber ich weiß, dass der Krieg scheiße ist. So. Gut. ... Rüstung sind wir voll. Nix. Code dick essen wir mal da. Und damit mache ich übrigens ein Enigma-Code. Moment. Okay. Gut. Gut, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst es mir dann noch oben da. Schreibt es mir in die Kommentare. Aktiviert die Glocken. Ab und ab jetzt meinen Kanal wie gesagt. Und folgt mir auch auf Twitch. Bis dahin.